LTV Let's Plays hat jetzt schon über 1.100 Abonnenten erreicht. Knacken wir die 2.000 Abomarke. Mit eurer Hilfe habe ich schon über 1.100 Abonnenten gewonnen. Vielen Dank noch einmal dafür. Ihr habt mir geschrieben, ihr möchtet mehr Gewinnspiele haben und ihr möchtet Interviews haben. Dafür brauche ich allerdings die 2.000 Abonnentenmarke. Klickt mich hoch auf 2.000 auf LTV Let's Plays. Ihr werdet hier bald auf diesem Kanal Let's Plays sehen und Bundesliga, die Champions League und die Europa League und natürlich auch mit dem FC Barcelona, die Premiera Division. Sagt euren Freunden auf Facebook Bescheid, sagt ihnen auf Twitter Bescheid und auf Insta. Followt mich auf Insta, damit wir zusammen auf LTV Let's Plays die 2.000 Abonnentenmarke knacken. Und jetzt kommt auch ihr dran. Mit den Vorschlägen schreibt mir in die Kommentare da unten rein, was ihr meint, was ich machen kann. Egal ob es Interviews sind beim Fußball, ob es Ausflüge in den Freizeitpark sind, wollt ihr mit mir etwas unternehmen? Oder vielleicht ein Fantreff beim Heidepark-Soltau? Haut die Kommentare mit euren Sachen voll und kommt mit diesem Video auf 1.000 Aufrufe. Und ich verspreche euch, ab 2.000 Abonnenten gibt es eine noch größere Verlosung. Ich muss mich auch bei euch entschuldigen, dass ich im Moment keine Videos mache, da mein PC wirklich im Arsch ist, sozusagen mein Laptop. Und ich kriege einen neuen PC. Also in knapp zwei Wochen geht es hier auf dem Kanal los. Mit Let's Plays, mit der Bundesliga, der Champions League, der EuroLeague und der Premierer Division. Ich bedanke mich für 1.100 Abonnenten. Schaffen wir es, die 2.000 Abonnentenmarke auf LTV Let's Plays zu knacken. Vielen Dank an alle da draußen, die mich abonniert haben. Wir schaffen das auf 2.000. Ciao.